Welche Möglichkeiten gibt es denn, deinen nicht so starken Fuß zu trainieren? Das beginnt schon morgens, wenn du an der Bettkante sitzt, um in den Tag zu starten. Starte einfach mal mit dem Fuß, mit dem du sonst nicht startest. Also ich starte morgens immer mit dem rechten Fuß in den Tag. Also versuche immer mal mit dem anderen Fuß in den Tag zu starten, der sich irgendwie komisch anfühlt. Genauso, wenn du dich anziehst, wenn du in deine Hose oder in deinen Rock schlüpfst, dann beginne mit dem Bein, das sich irgendwie komisch anfühlt, zuerst hinein zu schlüpfen. Wenn du dann die Treppe rauf und runter steigst, dann beginne auch da immer mal mit dem Fuß, der sich komisch anfühlt. Genauso bei all den Übungen, die ich dir ja mit diesen Filmen zeige. Achte mal darauf, wir arbeiten ja ganz, ganz viel mit unseren Füßen, das mache ich natürlich bewusst. Und wenn du dann startest, die Füße nach vorne zu tippen oder auch die Füße zu überkreuzen, dann startest du in der Regel immer mit deinem gleichen Fuß. Achte da mal drauf und versuche genau das Gegenteil, nämlich mit deinem nicht so dominanten Fuß zu starten. Und auch das soll dich durch deinen ganzen Alltag begleiten, immer mal wieder ganz bewusst damit umgehen und mit dem anderen Fuß in den Tag starten. Und auch das macht unglaublich viel Spaß. Und das wünsche ich dir dabei. Und das wünsche ich dir dabei.